Es ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt in dem Raum, Keiter, Jögel, Krebs und Pankow. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer sind Sie? Das hier ist Wagen! Sie sind ein Befehl zu widersetzen! Oh, meint euch das einfach, Gekker! Der Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen, nie das verrestige Treue unserer Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblühen... Die Stadt Feiglinge! Verreißer! Verzager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheilig! Die Generalität ist doch das Geschmack des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie in Zuger gebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer Glammeln hält! Jahre lang hat das Militär meiner Aktionen nur behigert! Es hat mir jeden Tag nur ein Schicksal... Widerstand! Ich habe mich gelegt! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle Hörnoffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein aus Mist gestellt, ganzer Rapper erobert! Verräter! Von allem Anfang an, bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheurer Verrat gehübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das Zaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Ohne Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, irren Sie sich, der wollte ich! Er jagt mich wie eine Kugel durch den Kopf! und dann, sei Dank! Dann, sie machen sie wohl! Okay,